Hallo ihr süßen Hasen schön dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, jetzt muss ich euch was erzählen ich sag's euch, gestern wollte meine Bagage ins Kino, mit dem halbwüchsigen, zur Information der Film war ab 16 Elias ist aber erst 14, trotzdem haben sie sich gedacht, ach das wird schon klappen, leider haben sie die Rechnung ohne die Allmannfrau an der Kinokasse gemacht. Sie fragte Elias, wie alt bist du denn, Elias meinte, 16, die Kassiererin lachte und meinte, ja ja einmal den Ausweis bitte, natürlich haben wir aufgeklärt dass Elias erst 14 ist aber Mama konnte das nicht wirklich verstehen, denn damals ist meine Mama mit Oma auch ins Kino gegangen und der Film war ebenfalls ab 16, Mama war aber erst 13, warum hat es denn früher geklappt aber heute nicht mehr, ist das etwa neu, naja wie dem auch sei, Die Frau hat natürlich auch nur ihren Job gemacht und man kann ihr keinen Vorwurf machen, trotzdem haben sie sich den Abend nicht versauen lassen und sind danach Döner essen gegangen, zu Hause angekommen haben sie sich alle zusammen einen Film ab 18 angesehen, nein ist natürlich nur Spaß, und jetzt bitte keine Kommentare wie, sowas macht man nicht, es gibt doch nicht umsonst ein Jugendschutzgesetz, ich kenne euch doch, Küsschen aufs Nützchen, Wurme out